Max ist im Urlaub, den grüßen wir an dieser Stelle natürlich ganz herzlich und auch... Wow, ach du schon mal ein! Das war brinzlig. So, liebe Freunde, herzlich willkommen zur Zugabe von der Zugabe. Der erste Spieltag wurde wieder fleißig angeklickt und darum werden wir auch den zweiten hier kurz präsentieren. Wir beginnen mit der Freitagspartie, das heißt die Augsburger, gespielt von Mike. Ja. Genau heute an meiner Seite, da sehen wir ihn, gegen Dortmund. Da ist Tobi am Ball. Ja, oder eben nicht. Oder eben nicht, na jetzt schon, aber gleich wieder nicht mehr. Max ist im Urlaub, den grüßen wir an dieser Stelle natürlich ganz herzlich und auch... Wow, ach du schon mal ein! Wow, scheiße, sorry. Das war brinzlig. So, und natürlich auch unsere Partner, das Aliens Network... Ah, nein, nein! Oh, scheiße. Gut. Nicht so scheiße ist Games Rocket. Da unbedingt mal vorbeischauen, wenn ihr günstig Spiele sucht. Und natürlich auch noch Games, euren Spielemagazin. Alle Links sind wie immer in der Videobeschreibung. Na, das müssen wir jetzt hier nicht drei, viermal anschauen. Es geht weiter. So, ich stehe jetzt erstmal auf Offensiv und dann legen wir los. Ah, das darf nicht wahr sein. Mein Gott, geht das schon wieder los? Nein, es geht nicht los. Mike, wir gewinnen. So, schnelles Umschaltspiel jetzt. Ja. Alles auf Konter. Ich meine, Mike, du erinnerst dich ja bestimmt noch an die Begegnung mit den Stuttgartern. Da haben wir innerhalb der letzten, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Minuten drei Tore gemacht. Also, hier ist noch nichts entschieden. Ja, herzlichen Dank für die Erinnerung. Ja, komm. So ein bisschen Emotionen reinbringen, dann spielt man aggressiver und besser. Dann klappt das hier. Ja, passt schon. Oh, sehr gut. Oh. Ja, ja. Ah. Nein. Schade. Erste gute Chance. So. Ja, ja, sehr gut. Ja. Mist. Na, warum bleibe ich nicht oben? Oh, bitte. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Oh, noch gerettet. Schöne Sache. Oh. Oh. Den habe ich. Ah, oder auch nicht. Ja, richtig so. So, den fangen wir ab. Genau. Scheiße. Nein, er nicht. Oh, nee. Oh, was? Na, super. Tobi hatte eben gerade auch zugegeben, dass er etwas trainiert hat. Aber nicht FIFA 3. Kacke. Ja. FIFA ist FIFA. Naja, also fast. Ja. So, nun aber. Ah. Wir haben die Pille. Ja, 2-0 Gladbach. Ja gut, immerhin kannst du da jubeln. Hoch. Ah. Na, den habe ich. Scheiße. Oh, nein. Was ist das denn jetzt? Mann, ist das langweilig. Oh, halt doch die Klappe. Das gibt es ja gar nicht. Nee. So, Mike. Stummangriff jetzt. Stimmung ist am Boden. Nein, ist sie nicht. Ich habe seit, keine Ahnung wie vielen Spielen, nicht mehr verloren. Das wird sich jetzt hier nicht ändern. Tom, es sind noch keine 20 Minuten gespielt, aber wir liegen 0-3 hin. Genau, dann machen wir nachher sechs Tore. Ja, okay. Oh, Mr. Optimismus ist wieder da. Ja. Was im Urlaub. Sehr gut, sehr gut. So, alle erstmal nach vorne. Habe ich. Ja. So, jetzt hier. Ich will eine knackige Flanke sehen. Ganz arm. Ja. Ach. Scheiße. Oh, den kriege ich noch. Diese Lupfer sind echt unfair. Ey, nee. Oh, nee. Oh, was ist das denn jetzt? Mike, bist du noch auf dem Platz? Ich bin noch auf dem Platz. Gut, Freunde. Die erste Partie zählt heute natürlich nicht. Tobi, das ist unfair. Du hast trainiert. Rüber muss ich nicht. Ja. Das ist doch kacke, ey. Scheiße. Ja, komm. Hau ihn rein. Mann. Da steht so ein scheiß Tor im Weg. Ich laufe aber auch ein bisschen immer am Ball vorbei. Ah. Ja. Ja. Ah. Nein. Doch. So, jetzt aber. Komm schon. Sehr schön. Jawohl. Genau so muss es aussehen. Wir kämpfen hier bis zum letzten Atemzug. Ach, scheiße. Meine Fresse. Mist, ey. Ja, so. Klasse. Okay, jetzt. Jetzt kriege ich ihn. Jetzt kriege ich ihn. Ach, das. Hast du nochmal. Ja. Ach, geh doch da ran. Hau den Torwart um. Wir müssen aggressiver werden. Genau so. Aber nicht zu aggressiv, dass Leute vom Platz hier kommen. Scheiße. Oh. Na ey, man hält ja mal ein. Hoch da. Ja, rot. Da will ich jetzt immer rot sehen. Ja. Weg mit denen. Weg mit denen. Das war doch nix. Natürlich. Also hätte ich sogar noch einen zweiten Spieler vom Platz geschickt. Das war als Bonus, oder was? Ja. Einfach so als Prinzip. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Oh, nein. 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 Tobi, freu dich schon auf die zweiten 45 Minuten. Alter, da würde ich mir jetzt noch ganz schnell eine Windel holen. Super ausgedrückt. Alter, das gibt's ja nicht hier. So, komm, lass mich mal durch. Liebe Fans, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 0 zu 5. Nicht auf der Zunge zergehen lassen. Die Aufholjagd gerne. Die geht jetzt los. Die hab ich ja überhaupt nichts gegen. War das abseits? Oh, hören. Weg. Nein, nein, nein. Oh, das ist doch nicht die Möglichkeit. Was ist denn hier los? Ich weiß gar nicht, was die alle haben. Also diese ganzen Lupfer sind doch kacke hier. Da kann ich nicht grätschen. Scheiße. Vielleicht ist Dortmund einfach zu stark. Ich meine, wenn Tobi auch gewonnen spielt hätte, hätten wir vielleicht eine Chance. Und? Komm, mach es. So. Oh, nochmal. Oh, der ist doch so ein Scheiß hier. Ach, Mann. Meine Jüte. Auf da, auf da. Genau. Oh Gott, ist mir schlecht. Ich hatte nicht aber auch Glück. Ja. So. Hab ich. Volley. Ach, mach doch den Pöker da weg. Ach. Genau. Scheiße. Hast du noch? Ach. Sehr guter Pass. Danke. Mach es. Mann, wieso geh ich heute nicht mehr rein? Hä? Hä? Ach, der hätte drin sein. Ja, lol. Was ist denn jetzt hier? Komm, Elfmeter oder was? Hä? Also ansonsten mache ich die doch immer. Oh, das ist jetzt bitter. Ja, komm. Mai, komm, komm. Ja, schade. Der Schuss war ja an sich nicht schlecht. Letzte Aktion in der ersten Halbzeit. 6 zu 0. Och Gott, der Platz. Oh, guck dir diese Leere auf der Augsburger Seite an. Oh Mann. Nein, wir zucken uns jetzt die Tore nicht noch einmal alle an. Wir hatten trotzdem 9 Schüsse, 6 sogar aufs Tor. Ja. Ey, wir haben mehr Ballbesitz. Ist das doch nicht zu fassen. Oh, genau, Mann. Drei Gelbe und er hat eine Rote. Na gut, das ist ungefähr gleich. Also, okay. Na ja, entpassen sind wir besser. Ja. Na gut, weiter geht's. Komm, jetzt. Jetzt drehen wir auf. Jetzt drehen wir auf hier. Ach, du. Nicht alles alleine machen, Tom. Ja, Entschuldigung. Kein Problem. Ich versuche jetzt hier taktisch clever zu grätschen. Ach so, also gnadenlos umhauen oder wie. Ja, genau. Ja, okay. Ich zeig dir mal, wie man das macht. Oh, zeig das bitte. Ja, nee. Ja, so nicht. Ja, so nicht. Okay, gut. Ab der 50. Minute geht's los. Da starten wir wieder. Oh, Entschuldigung. Nein. Nein. Boah, ist mir schlecht. Ich kann ihn mal hier. Das wäre ein wichtiges Tor gewesen. Ja, ja, ja. Viel zu knapp. Ja, ja. Noch ist hier nichts entschieden. Was darf? Ach. Ja. So. Jetzt geht's los hier. Die 50. Minute ist angebrochen. Ach. So. Na, komm, was denn? Ja, okay, gut. Jetzt läuft's doch. Ich glaube, das ist ein gelber Kartenrekord, oder? Hatten wir schon mal vier gelbe Kisten hier? Oh, bitte, ja. Ja? Echt? Du meinst wohl vier rote. Die hatten wir noch nicht. Ach so, ich dachte, vier rote haben wir, aber vier gelbe noch nicht. So, nach vorne. Genau, den hast du. Ganz stark. Ja. Ja, hast du. Do it. Ja, was? Und wenn du... Ja, ich wollte nach vorne. Ah, hoffisch. Flögelwechsel. Bleibst du in die Mitte? Mhm. Mann, die sind viel zu schwach, die Augsburger hier. Genau. Geht doch. Komm schon. Ach, Spiel. Wenn wir dann schon ein Tor machen, das wäre schon ganz okay. Nein, ich will hier acht Tore sehen. Oh, ey. Das ist doch zu neu. Ich will neun Tore sehen von uns. Ab der 60. Minute geht es hier los. Hatten wir schon mal. Genau, Mike, komm. Abseits. Wir zählen das hier als Trainingsspiel, okay? Ja. Ja. Weil, naja, muss ich dazu noch was sagen? Nein, muss ich nicht. Oh, das darf doch nicht... Ja, ne, ist klar. Alter. Ey, aber das liegt hier wirklich an den Spielern. Das liegt hier an den Spielern. Das kannst du mir ja gar nicht erzählen. Ich kann ja gritschen, ich kann auch schießen, aber die Spieler können das hier nicht umsetzen irgendwie. Ja. Also. Das sagt man dann wieder. Ja, das ist ja so. Ich bin der Trainer. Für die Leistung hier bin ich nicht zuständig. Meine Taktik stimmt eigentlich. Der Ball will nicht ins Tor. Ja, komm. Hey. Gelb. So, jetzt geht es los. Endlich. Eine kleine Motivationsspritze hier. Okay. Das ist alles noch möglich. Nichts soll wirklich tauchen. So. Guck, äh, abwärts. Oh. Der Torwart ist aber wirklich nicht so dolle. Also, den hätte man eigentlich auch festhalten können. Ja. Ja. Nein. Nein. Huch. Okay, jetzt geht es los. Mike, komm, komm, komm. Ja, was noch? Au ab, Mann. Die, die, die... Ach. Das darf doch... So. Jetzt aber. Ach, ja. Oh, unglaublich. Du stehst alleine vorm Tor. Mach es. Lauf doch. Oh, es wird schlecht stehen. Mann. Das ist doch... Das ist doch scheiße. Ja. Scheiße ist da noch sehr milde ausgedrückt. Oh, den kriegt der nicht. Ja. Mist. Ja. So. Hier. Ja. Das zählt als Treffer für uns. Das zählt als Treffer für uns. Ja. Es geht vor... Ja, hier, komm. Es geht voran. Es wird hier nicht... zweistellig enden. Doch. Für uns. Ich glaube, diese Worte werde ich gleich bereuen. Nein, ich häng fest. Und... Ja, hast du. Das geht doch gar nicht. Okay, ich bereue das. Wie das denn? Das geht doch gar nicht. Oh, alter Schwede. Mike, wir spielen die nächste Partie auch zusammen gegen Tobi. Ja, wir spielen heute nur noch gegen Tobi. Ja, ja. Die machen wir nachher so fertig. Ach so. Wenn das so weitergeht, ist es mir egal. Rutsch mal die Taschentücher. So, genau. Ja. Rot. Mindestens. Und drei Spiele schwerer. Tobi spielt in den nächsten 90 Minuten nur noch mit 10 Mann. Von Anfang an. Ich würde eher sagen, Tobi bindet sich gleich mal in der Binde rum und spielt mal blind. Was ist denn Abseits? Ja. So, nochmal alle nach vorne hier. Komm, 15 Minuten haben wir noch. Wo sind denn unsere ganzen Spieler hin? Ach. Naja, einer ist weg. Ach ja, stimmt. Und der eine ist verwarnt. Und der andere. Also der. Der. Also. Woo. Meine Güte. Immerhin hält der Torwart den Ball. Einmal. Ja. Mann, oh. Also. Da muss man pfeifen. Ich bin mal hinten rum hier. Guter Pass. Ja. Ja. Oh. Ja, komm. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Den machen wir jetzt rein. Komm, dann weiter. Komm, nochmal. Oh. Der ist noch heiß. Ja, dreh dich um. Schieß. Scheiße. Ich hab den. Ja. Normal. Oh Mann, nimm deinen Arsch da weg. Weg hier. Oh, fuck it. Alter. Ach. Ich schmeiß mich da jetzt. Genau. Oh, Mike. Wir kämpfen jetzt gut hier. Ja, kämpft den Ton. Aber Tore hab die etwas zu sein. Doch. Das kommt jetzt. Oh, ey. Das reicht doch mal. Brot. Ja, aber wirklich. Meine Güte. Das ist eine gute Position. Das ist eine gute Position. Oh, ich schieß ihn hier. Kommt nur so wenig wie möglich, ne? Ja. Oops. Not too much. Scheiße. Bisschen zu wenig. Da war doch Hand im Spiel. Ja, da hab ich auch so gesehen. Da war nach vorne. Oh, da war schon wieder Hand. Frustration. Ach, Freunde. Das goldene Tor jetzt hier am Ende entscheidet, ne? Hey, danke. Euer Torhüter hatte elf Paraden. So was kann doch von dir kommen, Tom. Was hast du gesagt, Tobi? Euer Torhüter hatte elf Paraden. Echt? Ja. Du meinst wohl fast elf Gegentore hier. Ja, aber... Das meint er damit. Oh, jetzt. Ja. Oh, was machst du denn, du Honk? Oh. Ich wollte grätschen vorhin. Ja, ich wollte vorhin grätschen und nicht flanken. Scheiße. So, ein goldenes Tor gibt's noch. Ja. Nach vorne. Ja. Oh, oh, gut. Es ist doch zum Heulen. Er pfeift noch nicht ab. Ja. Oh, nö. Abseits. Nutsch. Okay, richtig. Nicht gut. Oh, mein Gott. Scheiße. Jetzt, wo ich das elf zu null gemacht habe. Ja, komm. Wenn ich mir die Scheiße hier noch weiter ertragen muss, brauche ich einen stärkeren Trick. Mike, wir haben unglaubliche 17 Minuten am Ende ohne Gegentor überstanden, ne? Ist das nicht was? Nee, ich glaube, es wird halt als elf Tore gewertet. Guck dir das mal an, jetzt ohne Witz. Seit unserer gelb-roten Karte haben wir noch einen Gegentreffer kassiert. Wir hätten gleich am Anfang rot kassieren müssen. Dann wäre das besser gelaufen. Ja. Liebe Zuschauer, wir sind absolut nicht in unserer Form, deswegen entschuldigen Sie diese Vorstellung, nennen wir es mal. Außerdem wollen wir natürlich die Ergebnisse auch immer realitätsnah darstellen, ist klar. Und wenn Augsburg-Lein am Freitag so schlecht spielt, naja, können wir auch nichts dafür. Dann haben wir mal mehr echt. Ja. 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 Ja.